Achtsamkeitsübung Nr. 5 Akzeptanz üben Im letzten Kapitel hatten wir den Wahrnehmenden und das Wahrgenommene systematisch getrennt. Wir sind nämlich nicht identisch mit dem, was wir sehen oder fühlen oder denken. Damit haben wir schon mal unsere Selbstständigkeit wieder erlangt, sodass wir nicht mehr uns selbst mitbekämpfen, wenn wir gegen Schmerzen angehen. Das schont unsere Ressourcen und vermeidet unnötigen Negativismus. Aber auch diese Gegnerschaft macht nur zum Teil Sinn, wenn man bedenkt, dass so manches an unserem Schmerz unabänderlich ist. Wenn es unabänderliches gibt, was für einen Sinn macht es dann, Kräfte zu vergeuden im Kampf dagegen? Bei der Akzeptanz geht es wie auch schon bei der Disidentifikation um Einsichten. Und diese müssen geübt werden, wenn wir Nutzen daraus ziehen wollen. Wenn ein solches Anrennen gegen den unabänderlichen Anteil Nachteile bringt, wie sollten wir anstattdessen damit umgehen? Niemand verlangt passives Erdulden, sondern etwas Aktives. Annehmen, Erlauben, Zulassen, Akzeptieren. Wie gehen wir vor? Sie kennen das nun schon. Die Übung beginnt mit dem Einnehmen der Ausgangsposition, zunächst äußerlich, dann aber auch innerlich. Äußerlich ist sie still, fast regungslos, bequem, aber nicht zur Schläfrigkeit verleitend. Innerlich wird durch die Atmungsbeobachtung und die vertiefte Atmungsbeobachtung ein Zustand innerer Ruhe und aktiven Nichttunst zugelassen. In der heutigen Übung geht es um das aktive Annehmen von Dingen, die wir bisher kategorisch abgelehnt haben. Es macht natürlich Sinn, dieses, nennen wir es, anzunehmende Paket möglichst klein zu machen. Umgangssprachlich könnte das heißen, die Kröte, die ich schlucken soll, sollte nicht allzu groß sein. Die Größenminderung erreichen wir dadurch, dass wir unsere Gefühle und Gedanken, die wir nun mit Distanz betrachten können, vermindern um den Anteil des Veränderlichen. Denn das, was veränderbar ist, zum Beispiel mit den Methoden einer modernen Schmerztherapie, werden wir nicht akzeptieren müssen. Nur den unabänderlichen Anteil. Das ist natürlich nicht einfach, aber wenn man das auch nur teilweise erreicht, dann fällt eine Riesenlast ab. Die Gegnerschaft zum Unabänderlichen ist für sich genommen leiderzeugend und vermehrend, weil dadurch Negativität geschürt wird und Kräfte verbraucht werden. Leidmindernd hingegen ist es, die Gegnerschaft zu Unabänderlichen aufzugeben. Es wäre wünschenswert, dafür Akzeptanz aufzubringen, nicht im Sinne von Erdulden, sondern im Sinne von Erlauben. Während Erdulden ein passiver Vorgang ist, ist ein Erlauben und Zulassen mit einer Intention verbunden. Wenn wir das, was übrig bleibt, nach Betrachtung und Etikettierung akzeptieren wollen, müssen wir auf andere Erfahrungen verweisen, in denen uns so etwas leicht gefallen ist. Wenn Sie sich einmal eine allgemein akzeptierte Unabänderlichkeit anschauen, mit der wir auskommen müssen, dann wird Ihnen klar, dass Sie das eine Mal in Gegnerschaft treten, das andere Mal uneingeschränkt bejahen. Wir betrachten den Tod, der unausweichlich jeden von uns trifft. Schauen Sie sich nur um, in hundert Jahren wird niemand mehr aus unserer Umgebung am Leben sein. Völlig andere Menschen werden hier leben, vielleicht sogar Dinge tun und Dinge benutzen, die einmal uns gehörten. Niemand, keine Macht und kein Geld, kann daran etwas ändern. Werden Sie das bejahen? Selbstverständlich. In einer anderen Lebenssituation nehmen wir einmal ein Gespräch, in dem Ihnen eröffnet wird, dass Sie an einer unheilbaren Erkrankung mit schlechter Prognose leiden. Wie gehen Sie dann mit dem Unabänderlichen um? Werden Sie versuchen zu verhandeln? Wird Ärger, Wut, entsetzen Sie, packen? Was ziehen wir daraus für eine Konsequenz für unser Schmerzproblem? Die Gegnerschaft zum Unabänderlichen bringt uns kein bisschen weiter. Sie zehrt weiter aus und verwehrt den klaren Blick auf das, was machbar ist. In dieser Situation ist es hilfreich, sich zu disidentifizieren. Meine Wut und meine Angst machen nicht mich aus. Sie sind ein Teil. Dieser Teil lässt sich unterteilen in einen unabänderlichen Teil, der darin besteht, dass ich werde früher sterben müssen als erwartet, und einen veränderlichen Teil, in dem ich entscheide, wie die Zeit bis zu meinem Ableben verbraucht werden soll. Was hat diese Denkweise für Vorteile? Unabänderliches wird erst mal erkannt und anerkannt. Die Gegnerschaft wird aufgegeben. Die Kräfte und Ressourcen des Körpers können dafür verwendet werden, Veränderbares zu verändern und werden nicht in einem aussichtslosen Kampf verbraucht, was zu weiterer Schwächung führen würde. Wir suchen also eine neue Art des Umganges mit diesem unabänderlichen Anteil der Gedanken, die uns unser Geist anbietet. Was haben wir damit letztendlich erreicht? Mit Hilfe der Disidentifikation haben wir uns entfernt vom Wahrgenommenen. Was wir dadurch erreichten, dass wir das wahrgenommene, schmerzassoziierte etikettierten und anschließend ablegten mit Hilfe der Rückbesinnung auf die Atmung. Dabei hielten wir fest, dass das Wahrgenommene allenfalls ein Teilaspekt unseres Selbst ist. Bei der Akzeptanzübung arbeiteten wir mit diesem distanziert wahrgenommen, zum Beispiel dem Gefühl, frei sein zu wollen vom Schmerz. Es wird in einem rationalen Denkvorgang ermittelt, dass überhaupt nur Teile dieses Gefühles umsetzbar sein werden, weil sich vieles nicht mehr ändern lässt, seien es organische Veränderungen oder Chronifizierungsvorgänge und diese haben dann zu einer Verarbeitungsstörung geführt. Ob wir wollten oder nicht, ob wir es gut finden oder nicht, das alles ändert nichts an der Tatsache, dass ein Teil unseres Selbst damit auskommen muss, wie die Dinge sind. Die Art des Umgangs mit diesem Unabänderlichen können wir darüber entscheiden, wie hoch unsere Lebensqualität ist. Wenn du es gutist Months mit dieser Bemerkung Wenn du sie bewusst irgendein das Leben beinhaltet boring, wie die dieses teeth für den Zell Knights ist deiner. Also von eine monetary und zu einem wir diese Beine die Bemerkung und die notebooks mit dem eine berüh Alyff CU Vielen Dank.